Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es geht weiter. Mit dem... Gift-Simulator. Danke fürs Zuschauen. Ach so, ja, okay. Hat sich erledigt. Wir haben es nicht geschafft, mit wenig Gift durchzukommen. Das heißt, ich sterbe hier sowieso. Giftresistenz-Rüstung. Aha. Es steht zwar dran, aber ich bring dir gar nichts. Da steht zwar was von Giftresistenz, aber eigentlich bin ich einfach nur ein dreckiger alter Lumpen. Die zwei kamen nicht mehr. Es ist nur noch der Bob. Hey, der lebt noch. Ja, danke. Ha, ha, ha. Hey. Ha, ha. Ich freue mich auch immer, wenn ich mit einem HP überlebe. Ich weiß nicht, aber... Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Operat drift zuятно. So, jetzt müssen wir hier mit schönem Abstand da draufhauen. So, und die Bobs stehen hier über mir und schmeißen direkt vergiftete Messer auf mich, sobald sie runterkommen. Ach, fuck off. Du hast nicht mal eine Chance. Ach, komm. Oh, Gott. Oh, fuck. Huh. Oh, Gott. 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 ach guck mal hey wir haben ihn oft genug gekillt geile wir sind vergiftet geil endlich wieder vergiftet bringt rein gar nichts dass ich hier mich durchgekämpft habe weil so dann können wir euch gerade kaputt machen weil mehr vergiftet geht ja nicht da ist ein hebel was machst du göttlicher segen okay wow das war's das war's mir mirra schild was macht der mirra schild ist es das blüten drachen schild treuigerweise existiert die blume die auf diesem schild zu sehen ist schon seit langer zeit nicht mehr in dieser welt effekt ausdauer wiederherstellung ok wow dass ich das nicht benutzt habe ziemlich dumm goldener falken schild die furchthaftigkeit bla 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 der falken schild mirra schild in mirra einem stets von unruhrgeplagten landes symbolisiert dieses schild die kraft der berühmten ritter und ihre bereitschaft für ihr land ihr leben in die waagschale zu werfen okay okay so 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 eine leiter verkaufen eine leiter dass ich hier runter kann wieso sollte ich hier runter wollen ich will nach oben aber gut von mir aus nein jetzt hat er die leiter von rechts nach links gemacht von links nach rechts und jetzt so glitzerndes titanit paros wahrheitsverkünder aha 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 lame jetzt habe ich zwei von nochmal zwei von den dingern okay gut nochmal platz lass mich vorbei einfallspinsel gewürz nö senkt benötigte intelligenz okay okay ich habe ich bin ich weiß nicht soll ich weiterhin dieses labyrinth gehen na na moment mal woher ich mich jetzt hier oben wieder durchquälen mit dem giftzeug kann ich jetzt ja hier lang war da noch was ne ist nur der hebel hier ne ja so hier lang da hinten lang warte mal hier war ich da die tür lässt sich nur von der anderen seite öffnen okay von mir aus hey ja klar ist okay ja bei dem war ich auch schon ah nee ach den habe ich vergessen nein man oh man oh man oh man oh man oh man großer schwerer seelenpfeil mhm ach so hier ist die tür von der anderen seite okay ok ja von hier würde ich vielleicht da hinkommen aber nee und hier unten da war ich schon da war ich auch nicht hin tue ich mir das jetzt an diesen diesen drop da zu holen bei so wenig leben hier kriege ich auf jeden fall schaden wenn ich da runter falle und dann habe ich zwei bogenschützen die auf mich schießen mhm eher nicht kann ich hier noch irgendwo was aktivieren oder so mhm nee da ist diese tür hier hier irgendwas noch nee auch nicht den gegner da drüben da war ich da ist das das auch nicht ja danke fürs gespräch vergiftet giftet. Achso, ich habe keine Flakons mehr. Bitte, was? Warum? Warum kommst du jetzt hier, bitte? Du Bazi, nee, lass mal, bitte. Ich habe jetzt eigentlich echt keinen Nerv für dich und jetzt komme ich hier nicht durch die Tür durch. Ja, die ist auch weiter hinten, deshalb vielleicht. Nein, ich hatte ja nichts mehr zum Heilen. Warum kommt der auf einmal her? Ich bin da hundertmal lang gelaufen. Auf einmal kommt da so ein Bastard. Das gibt es ja gar nicht. Ja gut, aber das heißt, ich sehe, ich sehe es, ich, keine Ahnung. Für mich gibt es, für mich war es das. Ich sehe hier nix mehr. Ach. Ja, dich habe ich noch nicht oft genug gekillt, ne? Du kommst, du kommst noch wieder. Ja. Ist okay. Dein Internet war abgeschmiert. Ja, ja. Okay. Alles gut. So, ich habe jede Ecke durchforstet. Habe festgestellt, dass ich ja so ein cooles Schild habe, dass die Ausdauer schneller regeneriert. Das habe ich jetzt eingesetzt. Ich habe einen göttlichen Segen gefunden. Ich habe alle Kisten geöffnet. Ich war in jeder Ecke. Ich habe einen Durchgang geöffnet, eine Leiter gefunden, die irgendwie nach unten führt bei so einem Typen. Dem habe ich ein bisschen was bezahlt dafür, dass der die Leiter und mir gibt. Ähm. Ja. Äh. Das kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Gib mir bitte, sag mir was, was es ist. Ich, das ist mir jetzt echt zu blöd. Sonst hätte ich es jetzt vielleicht gegoogelt. Ich war, ich bin hier schon so oft durchgelaufen, dass da oben die Boys nicht mehr spawnen. Der Bogenschütze ist, glaube ich, auch schon weg. Die hier spawnen nicht mehr. Der Bogenschütze ist weg. Ich war hier so oft. Ich habe alles geholt. Ich habe überall diesen einen Loot da unten. Den will ich nicht holen. Ich war da auf der Anhöhe. Ich war draußen bei dem Typen, der die Leiter runterlässt. Mit einer Fackel. Mit einer Fackel die Windmühle anstecken. Mit einer Fackel. Äh. Ist das scheiße. Oh Gott. Ist das kacke. Ach ja, du bist ja noch da. Stimmt. Dich habe ich ja noch nicht oft genug gekillt. Mit einer Fackel die Windmühle anstecken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da muss man erst mal drauf kommen. Das ist ein beschissenes Clevel-Design. Das ist... Das hat doch nichts mehr mit... Da muss man drauf kommen zu tun. Das ist das... Sag mal ehrlich, hast du das bei deinem Playthrough selber rausgefunden? Ich laufe doch da nicht an jede Ecke mit einer Fackel, die begrenzte Zeit hat. Die spart man sich auf für ganz seltene Momente, in denen man es wirklich braucht. Da renne ich doch nicht an jede x-beliegewege Kackstelle hin mit einer Fackel. Ah, ihr beide kommt zuerst. Ja, mein, da kommt man auch... Ja, ist ja gut! Wirf halt noch fünf Messer, Mann! Gerade eben konnte ich die Einzelnen triggern, jetzt wieder nicht mehr. Inkonsistenz, unnicht erkennbare Stellen im Level, Gegner, die einen treffen, obwohl das Charaktermodell schon lange nicht mehr dort ist, weil die Hitbox einfach gigantisch fett ist vom Charakter. Gegnerpositionen, die es einem Wehr machen. Und dann auch noch eine Spielmechanik, die es übertreibt, meiner Meinung nach. Ach, die echt nicht sein müsste mit dieser Menschlichkeit und seinem Shit. Ach, ja, genau, stimmt, habe ich ganz vor Waffen vergessen. Waffen, die auch noch eine etwas größere Hitbox haben, als sie eigentlich als erkennbar ist. Komm mal her, ich habe keinen Bock jetzt. Und wo wurde ich jetzt vergiftet? Waffen, ich habe keinen Bock, was ich... Ah, mit einer scheiß Fackel die Windmühle anzuziehen. An einem Metallrohr, an einem gewaltigen Metalldingensgedönse, keine Ahnung. Also ganz ehrlich Leute, wer da ohne Hilfe draufkommt, ohne dass man da was googelt oder sonst irgendwas, ey, wow. Nicht schlecht, dann bist du aber wirklich überall mit dieser scheiß Fackel rumgelaufen. Glückwunsch. Wirklich. Gut gemacht. Top. Also das... Nee. No chance. No fucking chance, dass du da draufkommst. Keinen Hinweis irgendwie, dass man da mit der Fackel hin muss. Boah. Und jetzt haben wir den leichtesten Boss des Jahrtausends vor uns. Ja genau, das ist... Das entzündend steht ja erst... Das kommt ja auch noch dazu. Wenn da wenigstens... Ich bin ja an die Stelle dann hingelaufen, wo es hieß, ich war schon in der Nähe, so. Dann... Und dann... Also... Dann sollte er mir wenigstens verdeutlichen, hey, guck mal. Hier kannst du was tun. An dieser Stelle. Du hast... Du bist auf dem richtigen Weg oder so. Nee, nix. Nein, nein. Ach ja, ich bin doch ein Depp. Hahaha. Und ich bin eh mit halbem Leben hoch. Das ist... Also... Boah. Oder wenigstens... Dann sollte dieses... Dieses Öl-Ding irgendwie... Dass die so aussieht, als könnte man da was anzünden, weil sie voll mit Öl ist oder sonst irgendwas. Das ist ein Metallteil, das sich dreht. Warum kann ich das Metallteil anzünden? Also... Uff, 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 uff. Ganz, ganz schwere Kost. Ganz schwere Kost. Ganz schwere Kost. Scheiße. Ganz, 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 ganz schwere Kost an der Stelle. Grausiges. Das ist ja nicht mal ein Rätsel oder so, dass man dann irgendwie bestimmte Schalter oder irgendwas betätigen muss oder so. Es ist kein Rätsel. Es ist nix. Es ist... Du musst einfach zufällig an dieser Stelle mit der Fackel entlanglaufen. Es ist ein... Das ist absolut random, dass du hier... ...diese... ...an der Stelle... Also... ...ne, lass mal. Scheiße, zu langsam. Boah. Dringend saufen. Ah ja, das ist ja dein... Dein Drehschlag. Nein, 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 nein. Oh, nee, oh. Ich war noch am Leben, lol. War ein Praktikant dran, vermutlich. Ja. Nicht nur da dran. Der Praktikant war auch dran, als sie die Hitboxen entworfen haben. Der durfte einige Hitboxen von den Waffen machen und so, der Praktikant. Und einige Hitboxen von manchen Charakteren und sowas. Und jetzt erscheint hier plötzlich irgendwie random irgendein, irgendein... Was ist denn mit ihm auf einmal los? Giftstein. Okay. Okay. Nee, da wollte ich dich jetzt eigentlich nicht haben. Kann ich dir deinen Schwanz abhacken? Das wäre cool. Dann könntest du dich eigentlich nicht mehr bewegen, ne? Na komm. Okay. 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 ohne das gift ist sie halt wirklich eher ein witz danke danke ja wie gesagt hat auch null hinweise oder sonst irgendwas sehr ärgerlich eisenschloss wo ist mein leuchtfeuerlein wo ist mein leuchtfeuerlein krieg ich hier schaden wenn ich darauf latsch sogar ordentlich titanitbrocken habe ich noch nicht okay zeit für popcorn stärke oder geschicklichkeit oder mal noch ein bisschen hiervon ich mach noch eins hiervon und davon noch eins ja passt schon dankt schön dass ihr alle da seid und noch da seid leute freut mich so wir haben ein lavaproblem hi wer bist du denn das ist aber eine miese nummer ganz ehrlich du machst ganz schön viel damage und viel blutung und so das wäre was ja wobei das halt mit einer aufnahme ne macht keinen sinn ok es wird essen vorbereitet ok da ist ein tor und viel lava dahinter lass mal bitte was war das denn ja ich habe schon verstanden dass deine rückhand deine linke hand viel reichweite hat gute dame ok yep yep ja das ja 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 Nee, 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 nee. Nicht so knapp. Vor Schluss. Jetzt hat. Sehr gut. Rechterin Sharon. Hi. Mach mal das Loch auf. Oh Gott. Ein Feuerchen. Hi. Kommst du runter? Oh Mann. Ich hab dich schon gesehen. Du hast einen Bogen. Mit dicken Pfeilen. Ähm. Eisenschlüssel. Okay, danke. unten oder oben ich glaube hier wird es am ehesten zum nächsten boss gehen ihr könnt mir ein bisschen schnell zuhauen ihr kollegen und ich schleppe echt schon wieder viel zu viele seelen mit mir rum von wo ach da da drüben ok na dann gucken wir mal darüber davon habe ich so viele jetzt schon ich habe keine ahnung was die machen wofür ich die brauchen könnte oh hey wer bist du denn was wer seid ihr mega rollt mega rollt ohne magge nicht mega ja räuchern ok rüstung was hast du für einen fluchresistenz ok und hast du für einen ring den duft 2 kauf ich dir gerne ab die menschlichkeit menschen abbild kauf ich dir auch gerne ab bomben verleiht feuer stellt ausrüstungsrobustheit wieder her davon habe ich doch auch welche stärkt vorübergehend glück hallo tut mir leid ok das sind so gesten die man hier lernen kann dann hat er ein paar zauber was sagt denn die rüstung hier ja keine ahnung ist egal den ring ja fluchresistenz könnte man irgendwann mal tun weiss nicht ob sich das lohnt dass ich mich jetzt einräuchere deswegen nö äh hier war ich stimmt ok dann ist da nur ein gewisser händler bei dem man sich einräuchern kann in dem fall geht's doch hier lang war meine vermutung absolut richtig ja man ist ja gut das war so ein richtiges hey hier bin ich ja ich weiß dass ihr da seid blöder sack oh 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 ist es hier heiß oh gott hier ist es verdammt heiß scheiße ha 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 oh shit ha 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 da oben steht er drin schnell ausweichen noch ein finstergeist nee kein bock auf euch ja dann rennen wir jetzt eine runde ich will jetzt nicht gegen den finster geist kämpfen oh shit ach es ist ein magischer finstergeist ja ja oder drüben da komme ich okay gleich mal gucken ach nee warum kommt jetzt dieser finstergeist man ich habe doch erst einen bekämpft das voll der voll wittlos mit denen ganz echt gut aber hier unten sehe ich mich jetzt aktuell nicht durch rennen du bist ein arschloch mit deinem pfeil und bogen du wirst ein richtiges arschloch noch mal noch mal dennis was wieso ich hab dich doch schon besiegt wieso wieso kommt er noch mal und jetzt kommt er jedes mal wenn ich da rein lauf warum das ist doch ein pvp element ich habe will doch gar nicht pvp machen ich will doch nur dieses spiel durchspielen bromsoft bitte nähe hier bei dem händler will ich nicht kämpfen sonst habe ich den aus versehen noch tauntet der mich auch noch du glaubst es ja nicht ach weißt du was leck mich echt ich guck mich mal um ich will da rein gucken da vorne aber das sind so viele das ist schwierig mit denen mit diesen mobs im rücken ich muss dennis besiegen so was unnötiges gut der gehört zum spiel dazu das ist jetzt einfach ein random event das gibt es in diesem spiel halt kannst du bitte runterkommen nee da ist irgendwo dennis was zum ach komm ey weißt du was ich habe da so eine idee ich habe da so eine kleine idee was machen wir jetzt ich habe da nämlich was gelesen und zwar müsste das ja auch bei diesen funktionieren wo ist es welcher gegenstand ist es helft mir schnell reagieren gegner in eurer welt reagieren auf eindringlinge da so dennis jetzt komm mal nee ach kann mir einer erklären warum der da jetzt kommt dass der erste finster geist vorne am tor erscheint und dann direkt nochmal dennis den ich erst mit dem ich erst riesen gezeter hatte unten in diesem anderen gebiet warum kommt denn der noch mal das ist doch scheiße so was kommt er vielleicht nicht wenn ich hier rumlaufe ne macht keinen unterschied leider macht leider keinen unterschied einfach random kommt dieser pisser so was meine ist so so es ich ich es ер Es ist nur ein Prank, Bro. So, dann ist es weg. Okay. Jetzt können wir wieder in Ruhe weitermachen. War hier nicht auch noch irgendwo einer? Naja. Ja, Miyazaki hat ja das Spiel überhaupt nicht mitentwickelt. Oder, wenn ich das richtig im Kopf habe? Dark Souls 2 ist ohne ihn entstanden. So, hier unten weiß ich nicht. Dieses schmiedige Dönsee. Keine Ahnung. Alter! Was zum Teufel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da hinten den Loot hätte ich schon gerne, aber ich komme einfach nicht ran. Ey, bei denen, die laufen wenigstens auf mich zu. Die können, die laufen wenigstens schnell auf mich zu. So, voll okay. Ey, da gibt es eine Animation für. Das kann ich sehen. Da kann ich darauf reagieren. Die sind halt schnell. Die haben zwar gewaltige Rüstungen an, aber sind super schnell. Von mir aus gar kein Thema. Da habe ich kein Problem mit. Aber, diese anderen Gegner, die dann einfach random auf einen zuzubbeln, weil sie einfach den Schaden-Lock-On schon auf dir drauf haben, du aber eigentlich ausgewichen bist oder zu weit weg und dann zubbeln sie auf dich zu, lecken in dich rein. Was ich schon an Rumgelegge bei den Gegnern gesehen habe in dem Spiel, ey, das wird einem schlecht. Oh, oh. Okay, passt. Oh, da ist noch einer. Holy guacamole, wo kam er denn her? Hab ich mich erschrocken. Wow. Ja, da bin ich ja auch ein bisschen selber schuld hier an der ganzen Nummer, dass ich hier Schaden kriege. Ähm, warum? Wo bist du? Wo kommst du? Äh, 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 wo, äh, äh, okay. Der war, hä? War der da schon mal? Hat der beim letzten Mal einfach nicht auf mich reagiert, der Gegner, der da stand? Da waren doch bisher immer zwei. Okay. Kommst du? Jetzt kommt er nicht. Dreimal kommt er, einmal kommt er nicht, dann kommt er wieder. Okay. Der ist doch kein Gegner, wo kam der gerade her? Sehr seltsam. Muss sich durch die Lavant geleckt haben, als ich nicht hingeguckt hab. Der da wird's gewesen sein, der dann da durch die Wand kam. Ja, ey. Ja, ey, 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 ey. Ja, ey, 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 ey. Wie er rennt. So, okay, die Brücke ist hier nicht runtergelassen. Da unten sind es noch ein Hebel. Oh, oh, au, 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 au. Ich will eigentlich nur den Hebel benutzen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nee, man kann hier wirklich nicht rein. Naja gut, aber ich hab den Hebel gezogen. Das heißt, die Brücke könnte jetzt... Die Abkürzung könnte freigeschaltet sein. Eventuell. Sehen wir gleich. Ob ich mich da einfach durchgechießt hab gerade. Also was heißt gechießt? Das war für mich ein Weg, der so vorgesehen ist. Achso, warte mal. Ich bin ja eh... Also einmal, den brauch ich aktuell nicht. Und dann... Schauen wir einfach mal... Geben die Feuerresistenz? Feuerresi? Hier haben wir was mit Feuerresi. 19. Und insgesamt einfach was mit mehr Rüstung. Hier ist was mit mehr Rüstung. Als so ein hässlicher Lumpen. Guck mal hier. So ein paar Handschuhchen. Und eine fette Hose. Oh Gott, was ist das für eine Rolle? Was ist schwer hier vorne? Die Hose. Na, ein bisschen besser geworden. Mit der Rolle. Da das Oberteil ist noch sehr schwer. Hat noch nichts gebracht. Alles relativ heavy. Die Handschuhe sind auch schwer. Da gibt's doch wesentlich leichtere. Jawohl. So passt's wieder. Eisengroßpfeil. Ja, das ist der Kollege, der irgendwie von der anderen Seite der Mauer mitkriegt, dass ich hier bin. Ähm... So, warte, hier ist noch einer. Genau. Nee, das war gar nicht der. Ist ja wild. So, jetzt riecht's hier nach lecker, lecker Abendessen tatsächlich gerade bei mir. Deswegen machen wir das ganz einfach. Wir machen jetzt mal ein Outro für YouTube. Ich hoffe, hier kommt jetzt gerade keiner angelaufen. Wir gehen mal auf Risiko. Und ich sag, danke für's einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.